Nein, nein, die lassen uns irgendwie nicht ran. Schade. Was haben wir denn hier? Äh, Feuerball. Cool. Jetzt ist der noch krasser als... Wow, scheiße, 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 scheiße. Probieren wir das Ganze mal aus. Respekt. Dadurch, dass der Mana-Bedarf ja immer dasselbe ist, macht das Ganze schon richtig Spaß. Aber wo ist mal so ein Mana-Kristall? Ich hätte ihn eigentlich hier drüber laufen lassen können. Immer wieder spaßig anzuschauen. So, na komm. Na, komm doch her. Ach, egal. Wow. Wow, Hilfe. Zombie. Genau, aus diesem Grund guckt man das keine Ahnung. Aber das Problem ist... Irgendwann... Macht's, macht's. Ach nee, Moment, ich muss ja wenn der G drückt. Jetzt ist er weg. Dazu ist das also gut. Das ist also zum... Zombies killen gedacht. Auf, 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 auf. Oh, shit, das ging daneben. Na, komm doch her. Komm doch her, du. Ich bin genau hier. So geil. Aber das Problem ist, indem man das von den Fallen killen lässt, da... Eins, da haben wir die Schriftrollen. So. Fledermaus, hab ich schon. Ah, ihr wisst bereits alles, was in dieser Spruchrolle steht. Cool. So schnell hat er die durchgelesen. Jedes Mal aufs Neue beeindruckt. Geht weiter. Hier. Irgendwo. Ah, Zombies. So ein. Bam. Okay. Äh, ich muss mir irgendwas ausdenken. So ein. Was auch immer jetzt gerade passiert ist. Hello. Jetzt. Okay, lassen wir den mal kurz hier um die Ecke gucken. Ah, scheiße. Wie kann das jetzt passieren? Oh oh. Yay. Wieder einmal. Wo bist du die Fallen benutzt? Ach. Das war jetzt blöd. Na gut. Oh. Nein, 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 nein. Ah, ich bin zum Klick immer noch schneller als die. Mann, Mann, Mann. Geht das schon mal schlimmer aus? Wie geht es eigentlich hier oben lang? Ah. Das sagt natürlich einiges. Shotgun-Spruch in das Gesicht. Ah, so kann man es natürlich auch machen. Echt an. Echt an. Echt an. Ah, wundervoll. Und ich warte hin. Hier. Ah, man kommt erst hier oben raus. Ist nicht wahr jetzt. Wenn die Spinne weiterlebt, hat es ein Problem. Oder auch nicht. So viel zum Thema Spinne. Und die Spinne wollte nicht. Na komm, das kriege ich. Können mir die anderen denn nicht folgen? Ich habe mich schon gewundert. Wo ist jetzt der Zombie? Muss doch auch hier ist, oder? So rein! Okay. Zombie gekillt. Jetzt haben wir zumindest den oberen Gang freigeschaufelt. Also frei gekillt, je nachdem. Aber es kommt im Grunde genommen aufs selbe Wort. Äh, ja. Äh. Hier unten ging es, glaube ich, nicht weiter. Aber das weiß ich jetzt gar nicht. Kurzzeit Gedächtnis eines was auch immer. Auf alle Fälle sehr schlecht. Äh. Hier unten war das Teil. Hier unten war der Weg nach oben. Hier unten war der Weg nach oben. Käpt'n, ob wir es. Äh. Ne. Hier war... Ging es also wieder zusammen. Der Raum hat dann das Ding geführt. Hier ging es da lang. Da waren wir jetzt aber noch nicht hin. Hier geht es da lang. Oh. Spinnen. Und ganz, ganz viele Zombies. Zombie Nummer 1 und Zombie Nummer 2. Zombie Nummer 1 und Zombie Nummer 2. Jetzt sind wir auch irgendwie... Hallo? Nichts ist nicht wahr. Jetzt habe ich zum Beispiel ein krasses Problem. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier oben irgendein Mana-Kristall ist. Ah ja, klar. Das wurde also schon wieder ausgelöst. Dankeschön. Was soll man denn hier? Mana-Kristall. Dankeschön. Wo ist er denn, der kulte Zombie? Da ist er auch. Also, geh. Praktisch. Durchlaufen lassen und Kill drücken. Gut. Aber hier... Oh, moinz. Wenn ich hier lang gehe, war hier unten, dachte ich, alles verschlossen. Da kann man eigentlich nicht lang. Genau, da kann man nicht lang. Was brauchen wir hier? Einen goldenen Schlüssel? Da kommt, Geist. Yeah. Er ist kalt, die Kill. Sag mal, was aktiviert denn hier die ganze Zeit diese Fäuste? Okay. Ne, 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 ne. Oh, shit. Ne, das war eigentlich ein Fehler. Uh. Und wieder haben wir kein Mana mehr. Dankeschön. Naja, so klar. Jetzt müssen wir mal wieder Mana verbrauchen. Na, komm doch ruhig her, du. Hallo. Zombie. Genau, bleib mal genau hier stehen. Genau hier stehen wir. So. Jetzt kommen wir zumindest schnell wieder auf die andere Seite. Das ist einfach nur einer der coolsten Sprüche überhaupt. Ah, shit. Dämliche Spinne. Okay, so viel zum Thema. Man muss die Zombies wirklich so killen. Und eventuell die anderen Sprüche für die Skelette und so aufheben. Na dann. Wenn der Zombie kommt und kommt einfach nicht. Na, komm ruhig her. Nein. Intelligentes Pack. Manchmal bin ich echt zutiefst beeindruckt. Aber auch nur manchmal. Und hier gibt es schon wieder keine Mana-Tränke. Wenn jetzt demnächst hier irgendwelche Gegner oder sowas auftauchen. Weiß ich ja, was ich zumindest tun muss. Schon wieder. Hallo. Nichts. Aha, gleich kommt bestimmt was ist. So gibt es ja immer Lebens-Tränke. Brauche ich alle nicht. Ich brauche bloß Mana-Tränke. Aber dafür ordentlich. Das ist so einzig. Ich habe einen kleinen Laufgrad. Mana-Tränke und Geist. Das ist doch mal eine schöne Kombi. Ich habe einfach so einen Geist gekippt. Einfach so durchschauen. Ist schon lustig. So, Speicher. Also dann. Wo geht es hier hinten lang? Hier hinten lang geht es. Hier vorne lang. Super. Wieder einer weniger. Halt müsste ich wahrscheinlich überladen sein. Okay, Gott. Das ging ja im Kreis. Beine hinten. Ach da. Hier war die Spinne. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wohl. Das ging ja mal fix. Jetzt muss ich nur noch alle Zombies irgendwie. So, immer schön auf einen Haufen lassen. Nein, das war das Falsche. Das war ein Zombie. So. Oh, oh. Ich habe nicht mehr genug Mana. Das ist echt eine ziemlich krasse Methode, die Zombies zu killen. Sag mal, wählen das jetzt mal alle. Oh, oh. So, okay. Ah. Das gibt es doch nicht. Doh, ich verziehe das mal mit der Maus. Jetzt. So. Wieder eine weniger. Wieder einer weg. Und. Oh, oh. Na, komm doch ruhig her. So. Ich glaube, Moment, vielleicht klappt es ja. Jetzt. Ganz minimal regeneriert es ja. Aber äußerst minimal. Nichts. Ich wäre hier übelst verarscht. Keine Mana tränke. Oh. Funkenschutzrohge. Okay. Funkenschutzrohge schwach. Und. Bla, bla, bla. Wundheilung schwach. Funkenschutz habe ich ja schon bei dem Hut. Da brauche ich jetzt nicht irgendwas anderes noch. Könnte ich nochmal später verkaufen. Aber gut. Wir behalten die mal zur Not noch da. B. Einen Moment. Äh. Brennen. 10. Ja, okay. Brennen ist eindeutig effektiver. Ja, komm ruhig her. Ich tue dir doch nichts. Die Fäuste, schau. Die Fäuste, die vom Himmel fallen. Gut. Ich hoffe, da geht geradeaus durch. Wunderbar. Und wieder. Keine weniger. Ich müsste eigentlich bald leveln, habe ich das Gefühl. Dauert wahrscheinlich noch ein Gefühl der Ewigkeit. Keine Gegner. Auch nicht. Hier ist wieder mal nichts drin. Ich mache so was für ein Mana-Kristall endlich mal. Ist so derbe aufgeschmissen ohne Mana. Oh, nicht schon wieder. Ja, komm doch ruhig noch ein bisschen näher. Und noch ein bisschen näher. Und noch ein bisschen näher. Hallo. Jetzt. Zombies. Na komm, noch ein Stück. Und? Wieder einmal ein weniger. Hm, ich müsste echt warten, bis das Teil explodiert, anstatt jedes Mal die Mausfeuer wegzuziehen, weil ich das Timing gut machen will. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Ach komm, wir werden es mal so probieren. Hm, und dafür gibt es keine Erfahrung, das ist sehr schade. Es ist so nützlich, ja. Aber es gibt keine Erfahrung dafür. Aber Erfahrung ist gerade das, was uns hier jedes Mal weitermachen lässt. Oh, oh oh. Ach, egal. Ah, 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 C. Puh, Multikill. Noch einer. Nein. Das war jetzt nicht so geplant. Okay, ich muss sie mal ein bisschen zusammenpferchen hier. Na komm, kommen wir noch ein bisschen näher. Genau, so muss es jetzt sein. Bis ich weiß. Heiltränke über Heiltränke. Aber an Mana hat hier niemand gedacht. Kein Wunder, dass es Magian immer extremst schwer fällt. Ich brauche eventuell irgendeine Robe da um Mana heilen. Ach komm, jetzt herr, du Geist. Ich mach dich fertig. Wo bist du? Ich hasse diese Teile. So. Alles weg. Dämmisches gestand sein. Was soll man denn hier? Ja. Weißer Wolf. Wundervoll. Leider hilft uns das relativ wenig, über den weißen Wolf Bescheid zu wissen. Zumindest hier. Okay. Auflaufen, auflaufen. Reaktivieren. Oder aktivieren, je nachdem. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Hallo, gut. Speicher. Weit. Und? Okay, jetzt machen wir mal kurz eine kleine Pause. Und danach geht es hier unten weiter. Super. Und von daher, bis dann. Ich speichere mal vor allen Dingen nochmal richtig. Und zwar, glaube ich, hier. Speichern. Ja. Okay. Oh. Bis dann. Bis dann. Und ciao. Ciao.